ja willkommen mein name ist anirat und ich begrüße euch zurück zu let's play tales of xia in der letzten folge haben wir ein bisschen gekämpft sind durch die gegend gelaufen haben sachen gesammelt und haben gekämpft und sind durch die gegend gelaufen und wir müssen immer noch zu dieser festung die war im hintergrund gesehen haben wie ich euch gleich noch mal zeigen werde und ich hab das fast alles gut zusammen perfekt so was haben wir günstiger moment nach einem rückschritt ausweich manöver stück die zeit kohl ja ja mit intelligenz noch besser gleich im tausender bereich geil und f ok immer geschützlichkeit nicht dass wir irgendwie so eine große wahl hätten ja ich bin jetzt einmal aus dem menü raus er war nicht so nah dran gerade glaube ich nicht auch da und du kannst mal wenn ich zauber sehe direkt auf rome wechseln so machen es die pros das müsste ich nur einer sein ich bestimmt schon bestimmt der top tels of xia player muss einfach so sein ob schnell wir retten können wieder so zack du bist weg hier mit dem schwanz fehlt übrigens aber noch schulkostüme falls ich es noch nicht gemerkt habe kann ja so viel passiert im kampf fällt es nicht so schnell auch näher und so langsam da war ich zu die ganze truppe hat man noch gar nicht so geister verschiebungsmeister ja geil so weiter geht dem so dieser fest und ziele sind großen dingen in schulkammer monten weil nur so weil warum nicht die erinnerung kommt zurück das war bestimmt kaios ja da ist ein riesiger schlitz an diesen dingen was ist jetzt schon wieder alvin also ja immer wenn elvin nirgendwo still ist dann bedeutet das ja ich habe ein geheimnis ich bin mir alle um besonders dichter nirgendwo aus ramm und schwarze federn geil und hier kann man schreien es ist du denn ich war gerade am lieben oh gott wie viele gegner ron war schon jemand hier mit zauberern und um sich jawohl geil wer würdest in den ganzen items auch auch gott ziehen die einen in mir so viel ab mein gott warum ist denn ron tot war wenn ich auch damit man sagt wind einsetzen er ist auch der angriff den wir einsetzen die einsetzen ein gott man verraten für lange ich kann auch immer so schnell angreifen ein mixer kein zauber zauberböse was haben wir nicht so mache ich kann schon gar nicht mehr mit mutig ich kann auch noch ein kasuern ich kann euch doch nicht nur noch mal ich will mal kurz gucken wir haben ja gerade geister verschieben es heißt da wie auch immer kommen lass mich mal gucken jetzt bestimmt noch weiter tausendmal irgendwie so was ich als wahrer meister von minas geister verschiebung der wieg und die wird die höchste ehre zu teil kohl immer noch verdammt typo verschiebungen art abstimmung stadt verlängerung und dann nehmen wir ihn und ihn ein weil die beiden baue ich am meisten weil er für zaubernde fischer bestimmt bekommen und hier kann man etwas cooles auf der karte warum lass mir jetzt nicht die ganzen bücher hier durch gucken geierklaue ich weiß geisterklaue gelesen was macht ihr hier wollt noch tiefer hineingehen wir sehen nicht aus als würdet ihr hier arbeiten wir werden mit den automatischen verteidigungsanlagen bekommen ja die scheinen ja sehr geholfen zu haben ich hab von der einen seite irgendwas auf dieser seite aufgehoben schriftvoll die schriftrolle von zumei das verbotene land ein verbotenes land verborgen in einem panzer was unmöglich ist zu berühren um möglich davon zu sprechen eine urzeitliche welt unmöglich sie zu berühren unmöglich davon zu sprechen die menschen müssen es meinen die geister müssen für immer schweigen eine geile sekel zu wüten kursarie krank irgendwie nach einer sys wie auch immer in den 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 der steuerern ich weiß natürlich nicht mehr ob die hier verbinden können miteinander die empfangen ich habe vergessen wir beschaden er will austeilt für so ein verräter freu ich mich wenn ich schnelleres aufladen ab ich sollte mal ein paar gerichte wieder einmal an rezepte richter der gericht war richtig erfahrung galt ja meinetwegen für zwei kämpfe so bevor hier irgendjemand schon gleich wieder allgegenstände einmal hat man hätte nicht meine priorität erst zauber dann gegenstände weil zauber kann man auch wenn gegenstände nicht die kosten geld ich bin arzt aus dem weg professor doktor um genau zu sein was Was? Sephiroth? Ich meine Gaios? Nein, es ist ein klang. Olympias' Situation wird nicht so lange, als er hat Spirix zu haben. Selbst wenn der aktuellen Plan ist haltet, jemand anderes wird in Zukunft kommen mit etwas anderes. Mit Eliminieren Spirix, Gaios geht direkt zum Herz des Problems der 2-Werld. Das klingt wie viel Arbeit. Aber wenn Gaios ist irgendwas, er ist entscheidend. Verdammt! Das setzt Baelen in gefährlich. Entschuldigung. Kennst du etwas über jemanden namens Baelen? Er ist der Spirix-Engineer. Du könntest ihn in der Spirite-Research-Wing finden. Was? Offiziell ist es der Militär-Research-Wing. Aber ich würde nicht deine Erinnerung abholen. Es sind wahrscheinlich immer noch Schmerzen da. Was soll's? Ich bin sicher, dass er gut ist. Keine Worte über mich. Du bist nur über Gaios. Ja, aber trotzdem... Du hast bereits genug auf Ihren Platt. Dein Job ist es weitergehen, was du? Ja, genau. Wir haben jetzt nicht Zeit, um zu beschäftigen. Die Spirite-Research-Wing müssen warten. Okay, danke. So, woher ist diese Militär-Research-Wing? Just ahead. If it's still standing. Be careful. You too. Ist das nicht ein bisschen übertrieben langsam? Ich bin sicher, dass du okay bist? Also... Ist eine... Sackgasse. Deswegen gehen wir da als erstes hin. Weil es total Sinn macht! Dein Heldenhut. Heldenhut? Oder Heldenhut? 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 Äh... Das ist eine Zipfel mit... So hier. Rhone. Ich wollte nur erst eine neue kaufen. Äh... Geradeaus ist das Ding. Also gehen wir erstmal da hin. Oder vielleicht... Nee, von der Kambi. Dann gehen wir da lang. Aha. Und hier haben wir noch mehr. Gott, was bist du? Du siehst sehr komisch aus. Ich möchte dich nicht in meiner Nähe haben. Wir haben noch eine Minute Zeit. Und immer noch mal sinnlos erkunden. Oh Gott, da ist ein Speicherpunkt! Halleluja! Das ist echt praktisch. Nein! Für dich habe ich keine Zeit! Verschwinde! Oh, dann verschwinden wir eben! Waaah! 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 Nee, das hätte ja zeitlich nicht geklappt. Entschuldigung! Hallo? Hä? Ich geh mal schon mal speichern. Und... Dann möchte ich mal gucken, wo wir da rauskommen. Wahrscheinlich steht jetzt da gleich... Nein! Wir müssen doch hier was tun! Wir müssen zum Vorschugsflügel gelangen! Na gut. Dann erkunden wir den Rest... ...des Vorschugsbezirkes, der Vorschugseinrichtungen, was auch immer. Und... Im nächsten Part... Haha! Und wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play Taste of Exeter. Ich bedanke mich für's Zuschauen und sage... Tschüss! ...